Ich heiße Maria Hernández, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Spanien, von Menorca. Sie sind sympathisch, verantwortlich, gesprächig und Resilienz kann sein. Ich bin Crewmember im McDonalds. Ich mache eigentlich alles, ich mache Getränke, ich mache Präsenten, Kasse, ich mache Küche auch, nicht zu viel, aber ich mache alles. Ja, ich habe gedacht, vielleicht als Chefführerin sein zuerst und nachher als Manager, ja, Step by Step. Und ich war mit den Ballonen und habe jedes Kind auf der Straße gesehen, habe einen Ballon gegeben. Hey, bist du ein Ballon? Nein, ich habe eigentlich noch andere Aktivitäten und auch lerne in meiner Freizeit. Ich würde meine Freundinnen empfehlen, weil, ja, das ist weg. Ja, wegen der Flexibilität und wegen der guten Atmosphäre ist es wie etwas anderes. Es ist nicht wie eine richtige Arbeit. Dann vacation. Alles bitbiere. Alles bitb earning.